Hallo zusammen! Endlich kann es wieder losgehen mit der Schule. Noch können wir nicht das ganze Programm fahren. Aber immerhin gibt es eine abgespeckte Schulvariante. Pro Schulstufe kommt immer eine Klasse zum Unterricht und wird dort halbiert. Die andere Klasse hat Homeoffice. Am nächsten Schultag ist es umgekehrt. Ihr bekommt dann noch die genaue Information zugeschickt. Ein paar Sachen müssen wir dann aber berücksichtigen. Im Bus und wenn wir in den Gängen der Schule unterwegs sind, muss das Gesichtsschild oder der Mundschutz getragen werden. In der Klasse, an eurem Platz könnt ihr diese aber ablehnen. Bis zum Schulschluss ist der Eingang bei der Bücherei bzw. beim Dorfsaal unser neuer Eingang. Gleich beim Eingang gibt es einen Desinfektionsspender. Einmal kurz den Hebel mit dem Ellbogen runterdrücken und Hände desinfizieren. Der Stundenplan bleibt unverändert, wird aber an manchen Stellen etwas angepasst. Die Informationen bekommt ihr dann noch extra ausgehöhnt. Wir hoffen auf eine schöne, restliche Schulzeit. ... ... Bis zum nächsten Mal.